Meet the Malocha. Am Stand des deutschen Traditionsunternehmens GYM80 war der Name Programm. Hier sahen die Besucher modernste Technik und ehrliche Handarbeit, präsentiert mit dem unverwechselbaren Charme des Ruhrpods, der Heimat des Gerätespezialisten. Wir wollen gerne den Leuten zeigen, dass wir im Ruhrpott sind, dass wir aus Gersenkirchen kommen, dass wir als einer der wenigen noch in Deutschland 100% die Kraftgeräte auch produzieren. Das zeigen wir am Stand mit Bildern, mit Materialien und haben im Prinzip am Stand auch eine kleine Produktionsstraße abgebildet. Und das ist eigentlich auch unsere Roots. Wir sind stolz darauf. Und ich glaube, das Feedback, was wir bekommen haben, das mögen die Kunden. Gewohnt innovativ zeigte sich GYM80 auch in diesem Jahr. Im Mittelpunkt stand 4i, die vollvernetzte, automatisierte und motorisierte Kraftgerätelinie. An jedem Gerät dieser Serie kann der Trainierende vier Trainingsmöglichkeiten simulieren. Isotonisch, isometrisch, höherexzentrisch belastend sowie isokinetisch. Daraus ergibt sich eine ganz neue Trainingsvielfalt, die in dieser Form bisher nur in der Rehabilitation stattfand. Wir glauben, dass wir mit 4i jetzt eine Gerätelinie haben, wo Leute die Krafttraining mit Motorwiderstand kennengelernt haben, die aber ihre eigene Training gestalten wollen, die vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher trainieren wollen, mit dieser Gerätelinie auf der freien Trainingsfläche ihre eigene Trainingsplanung umsetzen können. Möglich wird dies durch die patentierte ETFM-Technologie. In nur wenigen Sekunden wird sowohl die Sitzposition als auch die Starttrainingsbewegung bei jeder Nutzung vollautomatisch auf das Mitglied eingestellt. Optimales Training, allerdings für eine ganz spezielle Muskelgruppe, ermöglicht auch die zweite Neuheit von GYM80. Der Glutbilder bietet das beste Kompletttraining für den Gluteus, sicher und geführt. Es ist ein komplettes System und das Beste, was es im Moment gibt, um den Gluteus zu trainieren. Es ist sicher geführt, das Training. Man kann sehr gut in den Demonstrationen sehen, dass verschiedene Materialien mit eingesetzt werden, um das Training von der Intensität steigern zu können. Wir haben Resistance Training, sprich Widerstandstraining. Wir haben die Olympiastange als weitere Intensitätssteigerung und haben hier verschiedene Ausführungen. Bis zu zehn pro eingesetztes Zubehör, um optimal das Training für den Gluteus auszuführen. Erstmals präsentierte sich der Komplettanbieter auf der FIBO mit seinem neuen strategischen Partner für den Cardio-Bereich. GYM80 hat exklusiv in Deutschland und Österreich den Vertrieb der Intensa-Geräte der Firma Healthstream übernommen. Eine gute Wahl, wie sich auf der Messe zeigte. Im Cardio sind wir sehr froh, dass wir einen Partner jetzt gefunden haben, wo wir der Meinung sind, dass wir von der qualitativen Ansprüche ähnliches Denken gefunden haben. Wir sind ein Unternehmen aus Taiwan, die Firma Healthstream, die Marke Intensa. Die Firma Healthstream ist seit 1989 auf dem Markt mit Cardio-Produktion und haben in Tainan, Taiwan, ein komplett neues Werk gebaut, angelehnt an die Automobilproduktionsabläufe. Wir zeigen jetzt hier das erste Mal bei uns am Stand die Produktlinie und freuen uns, dass wir jetzt letztendlich auch in diesem Bereich eine Möglichkeit haben, komplette anzubieten und hoffen uns natürlich auch, dass die Kunde sich da die Zeit nimmt, um das Produkt näher kennenzulernen. Diese Leidenschaft für die Kunden und ihre Bedürfnisse Sportgym 80 seit 34 Jahren an, in Gelsenkirchen immer wieder Geräte zu fertigen, die ein besseres, angenehmeres und effektiveres Training garantieren. Echte Malocher eben, mit viel Liebe zum Detail.